Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ja, ihr habt hoffentlich alle gut diesen kleinen Krypto-Crash, kann man wirklich schon sagen. Also die Altcoins haben ordentlich geblutet. Ich hoffe, ihr habt das gut überstanden. Wir werden uns jetzt gleich anschauen, welche Trades ich gesetzt habe, wo die Entries waren, was wir jetzt vor allem fürs Wochenende noch erwarten können. Schauen wir uns jetzt alles gleich an. Ansonsten, bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Drückt auf die Glocke und kommt gerne in die kostenlose Talk und Signalgruppe auf Telegram. Gut, damit genug Eigenwerbung gemacht. Wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 16.700 US-Dollar. Wir haben unser Golden Pocket geholt bei ungefähr 16.550 plus. Wir haben die Ineffizienz auch abgeholt. Das heißt, wir haben jetzt wirklich die letzten, ja, was kann man hier sagen, ungefähr drei Wochen komplett geresettet oder zweieinhalb Wochen ungefähr. Nachdem wir diesen steilen Anstieg hatten, wo wir die letzten Wochen ja immer wieder drüber gesprochen haben, haben wir jetzt endlich das Golden Pocket erreicht. Ich habe ja gestern noch ein kleines Update reingehauen, also Long Position wurde hier auf jeden Fall getriggert. Momentan nach Stop Loss hier unten ungefähr bei ungefähr 16.150 US-Dollar. Warum? Einerseits, weil wir hier noch so eine kleine 1-Stunden-Demand haben. Es kann immer nochmal sein, dass wir eben durch dieses Golden Pocket nochmal minimal drunter fallen, weil das Volumen hier doch noch einigermaßen hoch war, was dann hier unten reingekommen ist auf den 1-Stunden-Chart. Deswegen lieber nochmal ein bisschen absichern, dass wir hier so möglicherweise so einen kleinen doppelten Boden reinkriegen und dann eine kleine Erholung nach oben hin ziehen. Die Frage ist nur, wie lange geht die Erholung für mich? Momentan sehen die Märkte einfach nicht gut aus. Wir schauen gleich nochmal auf die Altcoins. Es sieht nicht wirklich gut aus. Und das habe ich ja gestern schon im Update-Video reingehauen, dass ich nicht wirklich positiv gestimmt bin. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Ich will ein neues Golden Pocket anlegen und zwar von unserer Abwärtsbewegung komplett nach unten hätten wir zumindest mal Luft bis 17.600 US-Dollar. Ich habe meinen ersten Take-Profit bei ungefähr 17.900 US-Dollar gelegt. Warum? Weil wir hier einfach kurz vorm 0,236er sind. Wir haben hier nochmal so einen kleinen Peak. Deswegen lieber relativ, habe ich gerade 17.900, ich meine 16.900 US-Dollar gelegt, weil wir hier nochmal so einen kleinen Peak haben und das 0,236er. Und ich möchte mich lieber jetzt frühzeitig absichern, weil ich keinen Bock habe, wieder komplett ausgestoppt zu werden. Die anderen Trades, was Bitcoin und Ethereum davor eingegangen, sind beide in den Stop-Loss gelaufen. Also war richtig beschissener Freitag, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Aber gut, dafür wurde jetzt endlich mal die Zone abgeholt, über die wir seit Wochen geredet haben. Trotzdem kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es nur ein Zwischenziel ist. Und zwar, dass wir weiterhin nochmal deutlich, deutlich tiefer gehen und sogar in Richtung 15.000 US-Dollar runtergehen. Soll jetzt keine Panik verbreiten. Long-Positionen lasse ich jetzt trotzdem erstmal laufen. Nur, es sollte jetzt nicht überraschend sein, wenn wir jetzt keine Weihnachts-Rallye jetzt mehr nächste Woche kriegen, sondern eher nochmal deutlich, deutlich bergab. Es sieht zumindest momentan jetzt erstmal nicht schlecht aus. Golden Pocket hat gehalten. Die Ineffizienz, was ja so extrem, extrem wichtig war die letzten Wochen, wurde endlich gefüllt. Wir haben aber weiterhin eine bei 15.800 US-Dollar. Und dort liegt dann die zweite Long-Position, die ich jetzt erstmal gesetzt habe mit Limit-Orders. Ihr wisst, ich bin kein Limit-Order-Fan, aber da unten die Ineffizienz ist einfach noch zu verlocken. Und deswegen denke ich auch, dass wir hier einfach nochmal so ein kleines, tieferes Tief auf jeden Fall sehen könnten. Was auch wieder im Spiel ist, ist ein kleines Wyckoff-Pattern. Hat Sascha gestern mal in die Gruppe gepostet, habe ich gesehen. Oder schon vorgestern. Dass wir einfach nochmal so eine kleine Spring-Phase kriegen. Das heißt, wir hatten hier drüben schon mal so diese Phase B, das ist jetzt die C in der Mitte. Und dann die Phase D oder E müsste dann hier unten die Spring-Phase sein. Also mit einem tieferen Tief, um wirklich alle auszustoppen. Und dann möglicherweise Bullish ins neue Jahr zu starten. Zumindest mal Seitwärtsphase dann im ersten Quartal 2023. Aber ansonsten, deutliche, deutliche Verluste überall. Auch wenn das jetzt hier deutlich täuscht, mit hier 3, 4, 5 Prozent im Plus, ist einfach alles komplett nach unten gesagt. Also Bitcoin, wie gesagt, Long-Position läuft. Wichtig wird jetzt erstmal hier Take-Profit 1 abzuholen. Da müssen wir weiterschauen von Level zu Level. Ich würde aber auch hier bei jedem FIP-Level dann nochmal ein Take-Profit setzen. Das heißt, den nächsten bei 0,382. Und dann nochmal in dem Bereich des 0,5, was bei 17.400, 17.500 US-Dollar auch nochmal ein Take-Profit 3 setzen. RSI her würde ich jetzt gar nicht gehen. Wir sind absolut in einem überverkauften Bereich. Erholen uns jetzt mittlerweile ein bisschen. Aber danach würde ich nicht gehen. RSI zu traden, macht einfach keinen Sinn. Hier einfach nur ein bisschen als Unterstützung nehmen. Vielleicht als Bullish Divergence. Wobei die gestern auch nicht ausgespielt hat. Von den Leveln her war hier dazwischen einfach sehr, sehr wenig. Muss man ganz ehrlich dazu sagen. Das Golden Pocket und eben die Ineffizienz mit den Vektoren war einfach so der Hauptgrund, warum hier Long-Positionen eingegangen sind. Und so wie ich das in der Gruppe gesehen habe, sind da auch viele reingegangen. Gut, dann schauen wir uns mal ganz kurz noch Ethereum an. Hier auch das gleiche Spiel. Krasse Abverkauf gestern nochmal. Auch hier wurde ich einmal ausgestoppt, weil ich zu früh Long gegangen bin. Zweite Long-Order wurde jetzt getriggert. Hier am Golden Pocket auch schöner Bounce in dieser großen Daily-Demand-Zone. Plus eben das Golden Pocket, was hier auch nochmal unten noch eine kleine Ineffizienz. Die wurden jetzt erst einmal alle gefischt. Trotzdem haben wir noch deutlich, deutlich mehr Upside-Potenzial, muss man auch dazu sagen. Der Bereich hier unten nochmal, haben wir nochmal so eine kleine Ineffizienz. Hier diese grüne Box, wo ich jetzt gerade mal anmarkiert habe, zwischen 1.142 und 1.150 US-Dollar. Das wäre dann so jetzt dieser nächste Step, den wir vielleicht nochmal gehen könnten. Das heißt auch hier nochmal ein tieferes Tief, so wie wir bei Bitcoin eben gerade gesprochen haben, dass nochmal so ein kleineres, tieferes Tief hier reinkommen könnte. Auch da habe ich nochmal eine Order liegen, sollte die andere, also die andere ist noch kein Stop-Loss drin, aber hier nochmal so eine kleine Order zwischen 1.142 bis 1.152. Ist nochmal so das nächste Ziel für einen doppelten Boden. Vielleicht über das Wochenende dann die nächste Woche einigermaßen Bullish starten. Take-Profits ist hier relativ einfach. Auch hier nutzen wir unser FIP-Level dazu, um die Take-Profits zu setzen. Von unserem jetzigen High bis zu unserem jetzigen Low ist der erste Take-Profit bei ungefähr 1.190, habe ich den ersten gesetzt. Der zweite wäre dann hier ungefähr bei ungefähr 1.214 und der dritte könnte dann relativ steil nach oben gehen, weil wir halt hier eben die nächste Ineffizienz haben, beziehungsweise das nächste Void. Hier diesen Abverkauf, den könnten wir dann noch relativ flott füllen. Und da habe ich dann dazwischen einfach nochmal einen dritten Take-Profit gelegt. Also alles vor dem Golden Pocket, weil für mich das Golden Pocket dann eher wieder so ein Trendwende-Bereich ist, wo dann eventuell nächste Woche wieder so die Trendwende nach unten hin einleiten könnte. Also wir müssen weiterhin komplett vorsichtig sein. Man sollte hier nicht über Stürzitz irgendwelche auch Altcoins und sowas kaufen. Wir kommen jetzt gleich auf die Altcoins zu sprechen, aber ein bisschen mit Bedacht. Jetzt auch keine 100x Long Position. Ich gehe hier auch nur mit 3er oder 4er Hebeln Maximum momentan rein, weil für mich noch kein wirklicher Boden erkenntlich ist. Auch hier könnten wir davon ausgehen, dass eben noch dieses Wyckoff-Pattern dann ausspielt. Wir hatten ein höheres Hoch, das würde ganz gut passen. Und dann noch so ein Lower Low, sage ich mal, in dem Bereich der 1050 bis ungefähr 1070 US-Dollar ist nicht ausgeschlossen. So vor allem nicht momentan. Wir müssen natürlich auch dazu sagen, gestern war Hexensabbat an den Märkten, Optionen sind ausgelaufen, der DXY ist gepumpt. Also es hat gestern sehr, sehr viel in die Karten gespielt. Andererseits waren diese Level-Side-Wochen bekannt, dass wir hier früher oder später nochmal hinkommen sollten. Einfach um die Vektoren abzuholen. Die werden früher oder später geholt und es ist lieber jetzt die abzuholen, anstatt dann in 1-2 Monaten, wenn wir dann vielleicht in der bullischeren Phase sind. Gut, dann Blick zu XRP. Hier haben wir gestern drüber gesprochen in dem XRP-Update-Video. Wir sind aus unserem Descending Triangle nach unten hin ausgebrochen. Das kam dann relativ zeitnah sogar. Sind jetzt hier im Golden Pocket, wir stabilisieren uns, haben aber jetzt auch erstmal die grüne Box hier unten erreicht. Das war auch so das Preisziel bei ungefähr 0,34,41. Also Glückwunsch, wer das vielleicht gestern noch mitgenommen hat aus dem Video. Ist eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. Klar, das Preisziel wurde nicht ganz erreicht, aber ich habe gesagt, die grüne Box, das ist so die nächste Zone, die ihr auf jeden Fall erwischen solltet. Jetzt stabilisieren wir uns hier im Golden Pocket. Das ist jetzt erstmal so der erste Step, wo wir uns erstmal ein bisschen stabilisieren sollten. Ansonsten, ganz ehrlich, haben wir hier unten, glaube ich, auch nochmal so einen kleinen Vektor hier in diesem Bereich bei 0,32. Das wäre dann so dieser Tiefstand, den ich mir bei XRP jetzt erstmal langfristig erhoffen würde. Dann nochmal ganz kurz IOTA, gestern auch angesprochen. Unser Support hat nicht gehalten. Es ging sofort darunter. Wir sind deutlich abverkauft worden. Auch hier wurde meine Kaufzone noch nicht getriggert, aber es geht anscheinend doch schneller als gedacht. Also wie gesagt, ich habe mir meine ersten Orders jetzt bei ungefähr 0,15 US-Dollar Cent reingelegt. Kleine Orders, aber das wäre jetzt wie gesagt gestern, wer es im Video mitbekommen hat, die erste Kauforder, wo ich dann endlich mal für Spot nachkaufen würde. Gut, dann seht ihr auch hier B&B komplett nach unten geschossen. Auch seit gestern mal zwischenzeitlich hier 20% hat sich jetzt wieder stabilisiert Richtung 11%, aber trotzdem der Schein hier drüben trügt einfach mit den Plus-Prozenten. Wir sind wirklich teilweise bei den Alcoins komplett unter die Räder gekommen. 10 bis 20% zwischenzeitlich nicht verkehrt. Auch hier Chainlink erste Order abgeholt, Golden Pocket Stop Loss dann gehittet, nachdem der nächste Abverkauf folgte. Wir sind dann sogar unter das 0786er gefallen, unter die Ineffizienz und sind dann bis auf ungefähr 5,78 runtergefallen. Auch hier kleine Ineffizienz, die wir uns jetzt hier unten noch gefischt haben, die habe ich aber vorher ehrlich gesagt nicht drin gehabt. Die zeichne ich nochmal ganz kurz ein. Wurde auch perfekt geholt, aber auch hier wurde noch keine Long Order getriggert. Ich schaue mir das jetzt erstmal an, vor allem bei den Alts. Bitcoin, Ethereum, stark, sage ich mal zu traden oder ein bisschen einfacher, Altcoins, lasst die Finger davon. Lasst einfach jetzt komplett die Finger davon, vor allem ist es Wochenende, die Umsätze sind gering, viel, viel mehr Manipulation als am Wochenende, würde ich an eurer Stelle nicht traden. Noch ganz kurz Litecoin, auch hier haben wir im Livestream drüber gesprochen, wenn die Zone nicht hält, geht es relativ flott hier runter in den Ineffizienzbereich bei ungefähr 63 US-Dollar. Auch hier Bereich wurde perfekt gehittet, also können wir jetzt erstmal rausmachen. Trotzdem auch hier keine Long Order momentan. Ich warte jetzt hier erstmal noch ein bisschen auf so ein bisschen Confirmation, weil es bringt jetzt einfach nichts in solche Candles rein zu long beziehungsweise hier Spot ein bisschen rein zu kaufen. Wir müssen hier ein bisschen abwarten. Spot haben wir sowieso tief, tief unten gekauft. Die nächste Kaufzone wäre dann hier unten bei den 62 und die dürfte, wenn es alles gut läuft, jetzt auch die nächste Zeit erst einmal gehittet werden. Gut, ansonsten ganz kurz zu den News noch. Die EZB dreht an der Zinsschraube, war ja gestern auch noch Zinserhöhung auf 2%, ist aber noch nicht das Ende der Fahnensteiger, haben sie auch dazu gesagt. Die Inflation in der EU von 10 auf 10,1 gestiegen. Also es kam natürlich gestern auch noch dazu, das hat die ganzen Märkte auch nochmal ein bisschen mehr beeinflusst. Also was für ein beschissener Freitag. Richtig beschissener Freitag, wenn man das mal wirklich so sagen darf. Aber gut, ich hoffe, ihr habt es alle gut überstanden. Wie gesagt, BTC, ETH läuft, Altcoins komplett erstmal raus. Mache ich auch erstmal keine Trades, werden keine Setups folgen. BTC, wie gesagt, 16,8, 16,9, könnte die ersten Take Profit setzen. Danach ein bisschen nach dem FIP-Level orientieren und sonst würde ich an eurer Stelle keine Long Trades mehr übers Wochenende aufmachen. Genießt lieber das Wochenende, lasst es ein bisschen sacken. Vielleicht habt ihr irgendwelche Nachkaufzonen, die getroffen wurden, dann Glückwunsch. Ansonsten Finger weg. Erstmal ein bisschen sacken lassen. Solche Candles kaufen wir nicht oder longen wir nicht rein. BTC war eine Ausnahme, weil es schon länger festgestanden war. Aber ansonsten Finger weg erstmal. Gut, dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann später oder heute Nachmittag nochmal besser gesagt zum Wochenausblick. Könnt ihr euch drauf freuen. Freuen? Freuen? Es ist noch frühen Morgen. Egal. Dann hören wir uns später wieder. Lasst dem Video auch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, kommt gerne in Telegram-Gruppe, wenn ihr noch nicht drin seid. Wir hören uns später wieder. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto.